Wenn es warm wird, dann flattern die mit ihren Flügeln, um sich Luft vorbeizufächern. Und die haben solche, ich will jetzt nicht sagen, Gitarrenseiten, sondern so, 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 das und das machen. Weil ich, wenn sie es deswegen nicht hören, weil ich, den Nietzsche, so, da höre ich immer diese Gitarrense, wenn sie nicht da sind. Ja. Ja, ja.